Sie hören Kissing Lessons, Band 1 der Kiss, Love and Heart Trilogie, von Helen Huang, aus dem amerikanischen Englisch von Anita Nirschel, gelesen von Christiane Marx, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Ich weiß, du hast Überraschungen, Stella. Um dir also unsere Erwartungen mitzuteilen und eine vernünftige Zeitspanne vorzugeben, möchten wir dich wissen lassen, dass wir bereit für Enkelkinder sind. Stella Lanes Blick schnellte von ihrem Frühstück hoch zum würdevoll alternden Gesicht ihrer Mutter. Subtil aufgetragenes Make-up lenkte die Aufmerksamkeit auf kampfbereite, kaffeebraune Augen. Das verhieß nichts Gutes. Wenn Stellas Mutter sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann war sie wie ein Honigdachs mit einer Vendetta. Streitlustig und stur, nur ohne Geknurre und Fell. Ich habe es zur Kenntnis genommen, antwortete Stella. Schock, sich rasend schnellen, panisch durcheinanderwirbelnden Gedanken. Enkelkinder bedeuteten Babys. Und Windeln. Bergeweise Windeln. Explodierende Windeln. Und Babys weinten. Durchdringende, heulende Schreie, die selbst die besten geräuschreduzierenden Kopfhörer nicht zu dämpfen vermochten. Wie konnten sie nur so ausdauernd und heftig weinen, obwohl sie so klein waren? Außerdem? Babys bedeuteten Ehemänner. Ehemänner bedeuteten feste Partner. Feste Partner bedeuteten Dating. Dating bedeutete Sex. Sie erschauderte. Du bist dreißig, Stella Liebes. Wir machen uns Sorgen, weil du immer noch Single bist. Hast du es schon mal mit Tinder versucht? Sie griff nach ihrem Wasser und kippte es hinunter, dabei verschluckte sie aus Versehen einen Eiswürfel. Als sie wieder Luft bekam, antwortete sie, nein, das habe ich noch nicht versucht. Der bloße Gedanke an Tinder und die entsprechenden Dates, auf die es hinauslief, ließ ihr den Schweiß ausbrechen. Sie hasste alles am Daten. Das Abweichen von ihrer vertrauten Routine, die Konversation, die abwechselnd geistlos und verwirrend war, und wieder den Sex. Mir wurde eine Beförderung angeboten, sagte sie, in der Hoffnung, ihre Mutter damit abzulenken. Schon wieder? fragte ihr Vater und ließ seine Ausgabe des Wall Street Journal sinken, wodurch das Drahtgestell seiner Brille sichtbar wurde. Du wurdest doch erst vor zwei Quartalen befördert. Das ist ja phänomenal. Stella richtete sich auf und rutschte an den Rand ihres Stuhls. Unser neuster Kunde, ein großer Online-Händler, der ungenannt bleiben soll, liefert die herrlichsten Datensätze und ich darf den ganzen Tag mit ihnen spielen. Ich habe einen Algorithmus entworfen, um ihre Kaufvorschläge zu verbessern. Offenbar funktioniert er besser als erwartet. Wann tritt die neue Beförderung in Kraft? fragte ihr Vater. Nun, die Sosa Londais und das Eigelb ihrer Crab Cakes Benedict waren ineinander gelaufen. Und sie versuchte, die gelben Flüssigkeiten mit der Spitze ihrer Gabel zu trennen. Ich habe die Beförderung nicht angenommen. Als leitende Ökonometrikerin wären mir fünf Mitarbeiter unterstellt gewesen, und ich hätte viel mehr mit Kunden interagieren müssen. Ich möchte aber nur mit Daten arbeiten. Ihre Mutter wischte diese Aussage mit einer nachlässigen Handbewegung fort. Du wirst bequem, Stella. Wenn du aufhörst, dich herauszufordern, dann machst du in Sachen soziale Kompetenzen keine weiteren Fortschritte. Dabei fällt mir ein, gibt es in deiner Firma irgendwelche Kollegen, mit denen du gern ausgehen würdest? Ihr Vater legte seine Zeitung weg und faltete die Hände über seinem runden Bauch. Ja, was ist mit diesem einen, diesem Philip James? Als wir ihn bei deinem letzten Firmentreffen kennengelernt haben, wirkte er sehr nett. Die Hände ihrer Mutter flatterten zu ihrem Mund wie Tauben, die sich auf Brotkrummen stürzten. Oh, warum habe ich nicht an ihn gedacht? Er war so höflich. Und eine Augenweide noch dazu? Er ist in Ordnung, schätze ich. Stella fuhr mit den Fingerspitzen über die Kondenstropfen an ihrem Wasserglas. Um ehrlich zu sein, hatte sie Philip schon in Betracht gezogen. Er war zwar eingebildet und ruppig, aber er sagte offen, was er dachte. Das war etwas, das sie an Menschen schätzte. Ich glaube, er hat mehrere Persönlichkeitsstörungen. Ihre Mutter tätschelte Stellas Hand. … … … … … … … … Vielen Dank.